Ja, jeder von euch der Hunde hat und erkennt, weiß, dass die Orli Boili total gern haben. Aber nicht nur Hunde, auch Schwein, die es mögen Orli Boili. Ich mache das nur mit Handschuhen übrigens. Aber ich glaube, das ist für Schweinlein besonders angenehm mit diesen Handschuhen, mit den Arbeitshandschuhen. Das ist übrigens die Ellen, also sie werden schon viel tapferer und dann richtig neugierig. Andere Seite auch einmal Orli Boili. Ja, das ist fein. Das sind dann die magischen Hände. Wer von euch auch Orli Boili haben möchte, braucht nur kommen. Ich stelle meinen Finger zur Verfügung. Ja, heute ist Patentag, Samstag. Also wir freuen uns schon auf jede Menge Patinnen und Paten. Die Ellen und die Alice, da hinten, untersucht da gerade, ob es nicht irgendwo Futter gibt, haben noch keine Paten. Also wir würden uns sehr freuen, wenn sie für die beiden, oder für eine der beiden, eine Patenschaft übernehmen würdet. Ihr könnt dann auch Orli Boili machen. Ihr könnt auch Orli boilen und schau, Bauchy, Bauchy, Grauli. Ja, schönen Samstag. Tschüss. Tschüss. Frau Grüß-Gernat.